Das Notebook auf dem Schoß zu balancieren, können Sie sich in Zukunft getrost sparen. Nutzen Sie lieber den kongenialen Arbeitstisch Pinewood. Auf dem hochwertig verarbeiteten Tisch aus naturbelassenem Kiefernholz ruht Ihr Klapprechner sicher und ohne zu verrutschen. Die Neigungen des Tisches können Sie für komfortables Arbeiten ganz einfach an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen. Für die Maus gibt es eine extra Arbeitsfläche, die sich ebenfalls um bis zu 60 Grad neigen lässt. So finden Sie die Position, die für Sie am ergonomischsten ist. Fürs Wohlergehen Ihres Notebooks sorgt der integrierte USB-Lüfter. Einfach per USB-Kabel mit dem PC verbinden und schon kühlt er mit bis zu 800 Umdrehungen pro Minute. Zusätzlich stellt der Pinewood einen USB-Port zur Verfügung, beispielsweise zur Nutzung eines Speichersticks. Gemütlich und trotzdem ergonomisch. Der Arbeitstisch Pinewood ist ideal für alle, die Ihr Notebook flexibel nutzen und sich und das Gerät schonen wollen. Durch die massive Holzausführung macht er bestimmt auch bei Ihnen zu Hause eine gute Figur. Gimp podcast. G imp G imp G imp G imp G imp G s